Neben ein paar Funktionen sind Pivot-Tabellen wahrscheinlich das Wichtigste, was du in Excel beherrschen solltest. Aus diesem Grund möchte ich dir in den nächsten 10 bis 15 Minuten wirklich ganz genau die Grundlagen dieser Pivot-Tabellen beibringen, so dass du in deiner nächsten Tabelle nicht nur 10 Minuten Zeit sparen kannst, sondern vielleicht direkt ein paar Stunden. Pivot-Tabellen sind entweder extrem schwierig oder extrem einfach, deswegen schau dir bitte das Video bis zum Ende an, denn ich werde alle Grundlagen durchgehen, damit du wirklich effizient und sinnvoll mit deinen Pivot-Tabellen arbeiten kannst. Bitte schreib mir unten in den Kommentaren, falls du glaubst, dass ich irgendwas Fundamentales in diesem Video vergessen habe, dann kann ich darauf gut in den Kommentaren eingehen. Falls dich Videos rund um Excel und digitalem Arbeiten interessieren, dann würde ich mich über ein Abo auf diesen Kanal freuen. Es ist kostenlos und du kannst deine Meinung jederzeit ändern. Ich glaube es ist alles gesagt, legen wir los mit den Pivot-Tabellen. Wir befinden uns jetzt in der Tabelle, aus der wir eine Pivot-Tabelle erstellen werden. In unserem Beispiel sind wir ein Gebrauchtwagenhändler, der eine Tabelle erstellt hat, aller seiner gekauften und verkauften Autos übersichtlich in einer Excel-Tabelle erstellt. Das heißt, wir haben hier die Marken, die Modelle dazu und gewisse Daten zu den Fahrzeugen. Und jetzt wollen wir die analysieren und da bietet sich natürlich eine Pivot-Tabelle perfekt an. Bevor wir eine Pivot-Tabelle erstellen, müssen wir drei Dinge beachten. Erstens muss unsere Tabelle immer Überschriften haben. Das heißt, jede Spalte muss identifizierbar sein mit einer Überschrift. Das muss natürlich nicht die Spalte beschreiben, aber du solltest sie später auskennen. Zweitens darf die Tabelle keine Lücken vorweisen. Das heißt, es dürfen keine leeren Spalten zwischen gefüllten Spalten vorhanden sein. Denn mit leeren Spalten können nicht gerechnet werden. Auch dürfen keine leeren Zeilen vorhanden sein. Es macht aber nichts, wenn zum Beispiel ein Wert hier drinnen fehlt. Drittens darf keine Summenzeile vorhanden sein. Das heißt, am Ende der Zeilen sollte hier unten keine Summe der zum Beispiel Einkäufe oder Verkäufe vorhanden sein. Es sollten wirklich nur die tatsächlichen Daten mit aufgenommen werden. Nachdem wir die drei Dinge berücksichtigt haben, können wir im Grunde schon unsere Pivot-Tabelle erstellen. Dazu markieren wir einfach die Tabelle, die wir umwandeln möchten, gehen in der Registerkarte Einfügen auf Pivot-Tabellen. Hier haben wir empfohlen die Pivot-Tabellen. Wenn wir da mal raufklicken, sehen wir, Excel schlägt uns schon ein paar vor. Zum Beispiel möchte er in dem Fall die Summen der Verkaufspreise nach Farben sortiert ausgeben. Ist ganz spannend, wir werden aber heute unsere eigenen Pivot-Tabellen erstellen, deswegen klicken wir auf Abbrechen. Wir klicken links auf Pivot-Tabelle und sehen, jetzt will er aus dem Bereich B2 bis B31 eine Tabelle erstellen. Das heißt, hier links oben 2 bis H31 hier unten. Grundsätzlich richtig, das Problem dabei ist, wenn wir eine neue Zeile hinzufügen, also wenn wir ein neues Auto kaufen und eine Zeile hier hinzukommt, dann würde das die Pivot-Tabelle nicht berücksichtigen, weil ja nur hier bis 31 gerechnet wird. Aus diesem Grund müssen wir vorher eine Tabelle erstellen. Das heißt, wir schließen das nochmal kurz und gehen rechts neben den Pivot-Tabellen auf Tabelle. Klicken drauf und sagen, ja das ist unsere Tabelle, die wollen wir erstellen. Die geht eben von 2 bis 31 und hat Überschriften und wir drücken OK. Jetzt ist das eine fixe Tabelle, mit der wir weiterarbeiten können. Wir können jetzt entweder oben in unserer Registerkarte auf mit Pivot-Tabelle zusammenfassen klicken oder wir gehen wieder auf Einfügen, auf Pivot-Tabelle und sehen, jetzt haben wir das Bereich nicht mehr gehardcoded von 2 bis 31, sondern unsere Tabelle, die wir gerade erstellt haben und drücken OK. Jetzt sind wir das erste Mal im Bereich unserer Pivot-Tabelle. Er hat unser neues Arbeitsblatt erstellt. Wir sind jetzt auf Tabelle 2. Auf Tabelle 1 ist noch immer unsere Tabelle zu finden und jetzt können wir arbeiten. Hier oben sehen wir einige Einstellungsmöglichkeiten, die wir auch hier unten haben. Und hier unten auf dieser Seite will er unsere Pivot-Tabelle erstellen und auf der rechten Seite sehen wir unsere Pivot-Tabellenfelder, die wir erstens hier haben. Da erkennst du deine Überschriften wieder und hier unten sowohl die Filter, Spalten, Zeilen und Werte. Das werden wir uns genauer anschauen. In den Feldern hier unten bauen wir im Grunde unsere Pivot-Tabelle zusammen. Die Werte in Spalten machen unsere Spalten, die Werte in Zeilen machen unsere Zeilen. Die Werte selbst, das heißt diese Werte, die bauen dann quasi die Tabelle auf und die Filter filtern das dann durch. Klingt jetzt ein bisschen komisch, wir machen einfach ein ganz leichtes Beispiel und zwar wollen wir wissen, wie viele Produkte haben wir von welcher Marke. Die Zeilen sind die Marken, das heißt wir ziehen die Zeilen einfach von oben hier unten und lassen sie hier fallen und jetzt haben wir links einfach eine Liste unserer Marken wiedergegeben. Jetzt möchten wir noch wissen, wie viele Werte haben wir, das heißt wir ziehen die Modelle in die Werte rein. Und jetzt sehen wir, wir haben 9 Stück Audis, wir haben 7 Stück Skoda und so weiter. Das heißt wir haben die Werte hier eingefügt. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten die Modelle genauer angezeigt, dann können wir die Modelle, obwohl wir sie hier unten schon verwendet haben, nochmal runterziehen. Aber in dem Fall nicht in Werte, sondern in Zeilen. Jetzt teilen sich eben die Marken auch in die Modelle auf. Das heißt wir haben sowohl die Zeilen Marken als auch darunter die Zeilen Werte und Excel versteht automatisch, dass diese Werte zum Audi dazugehören, diese Werte zum Skoda dazugehören und so kann man die detaillierte Auswertung eben anzeigen. In unserem Fall möchten wir jetzt noch die Kilometer zusätzlich angezeigt bekommen. Das heißt wir ziehen die Kilometer ebenfalls zu den Werten hinzu. Und jetzt sehen wir die kumulierten Werte, das heißt die Summe der Kilometer für jede Marke und jedes Modell hier angezeigt. Man kann das natürlich ändern. In unserem Fall haben wir die Summe, aber ich möchte jetzt den Durchschnitt unserer Autos, unserer Kilometer anzeigen. Dazu gehe ich bei der Summe von Kilometern auf den Pfeil und drücke auf Wertfeldeinstellungen und hier drin kann ich dann auswählen, was angezeigt wird. Das heißt Anzahl, ich kann aber auch Mittelwert, Minmax etc. auswählen. In unserem Fall mache ich den Mittelwert, drücke OK und jetzt sehen wir eben den Mittelwert aller Fahrzeugkilometer. Die Anzeige ist hier etwas problematisch, weil das ist ein vierstelliger Komma-Wert für einen Kilometer. Das wollen wir natürlich schöner angezeigt haben. Dazu klicken wir einfach Rechtsklick auf die Werte, die wir anpassen wollen. Grundsätzlich Rechtsklick in einer Pivot-Tabelle hat relativ viel Einstellungsmöglichkeiten. Und in unserem Fall aufpassen, Zelle formatieren, da würden wir normal draufklicken. In unserem Fall ist das aber falsch, denn das Zelle formatieren, das wird einfach nur diese Zelle hier formatieren. Wir wollen aber wirklich die Kilometer markieren, deswegen gehen wir auf Zahlenformat. Das Zahlenformat sieht ganz gleich aus wie Zelle formatieren, aber bezieht sich eben in dem Fall auf die Spalte, die wir eingestellt haben. In dem Fall gehen wir auf Zahl, sagen zwei Dezimalstellen und bitte tausender Trennzeichen hinzufügen. Und jetzt haben wir die Kilometerstände schon um einiges schöner angezeigt. Indem wir das hinzugefügt haben, kümmern wir uns kurz um die Filter. Wir haben mittlerweile Spalten hinzugefügt, Werte und Zeilen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ich habe ja grundsätzlich die Kilometer und die Modelle ebenfalls schon gefiltert. Für was ist der Filter übrigens? Und der Filter ist grundsätzlich dafür da, um die komplette Werte zu filtern. Sagen wir zum Beispiel, ich mag nicht mehr die Marke hier drin haben, damit das ein bisschen übersichtlicher wird. Um das hier rauszulöschen, kann ich entweder auf den Pfeil klicken und auf Feld entfernen klicken, oder ich ziehe das einfach hier wieder rauf und dann wird es automatisch rausgelöscht. Jetzt habe ich hier einfach eine Tabelle mit allen meinen Modellen, der Anzahl und des Kilometerstandes. Und das ist natürlich etwas unübersichtlich, deswegen baue ich jetzt einen Filter ein. Ich möchte nach der Marke filtern, deswegen ziehe ich die Marke einfach hier in die Filter rein. Und hier oben hat sich jetzt eine neue Zeile hinzugefügt, nämlich die Marke. Wenn ich da jetzt draufklicke, sehe ich alle meine Marken, die ich zur Auswahl habe. Zum Beispiel kann ich auf Audi klicken und OK. Und jetzt hat sich meine restliche Pivot-Tabelle nur auf den Audi hingefiltert und ich sehe nur meine Audi-Werte hier angezeigt. Wenn ich möchte, kann ich natürlich mehrere Werte anzeigen. Ich kann auf mehr klicken und zum Beispiel noch den VW dazuholen, drücke ebenfalls OK. Und jetzt sehe ich alle meine Audis und meine Golfs auf einem Blick hier angezeigt. Beziehungsweise meine Audis und VWs eigentlich. Wenn wir nun diese Anzeige hier haben, ergibt eins mal überhaupt keinen Sinn. Und zwar der Mittelwert aller meiner Autos. Den möchte ich nämlich nicht angezeigt haben. Generell will ich keine Zwischenergebnisse und keine direkten Summenergebnisse haben. Das kann ich ganz einfach erledigen, indem ich in meine Pivot-Tabelle reinklicke. Dann gehe ich oben auf Entwurf. In meinem Fall hat es bereits ausgewählt. Und dann habe ich hier meine Teilergebnisse und meine Gesamtergebnisse. Die Teilergebnisse wären zum Beispiel, wenn ich die Marke beim Filter wieder raus tue und die Marke hier wieder rein tue, dann habe ich ja hier grundsätzlich meine Teilergebnisse. Die kann ich jetzt in dem Fall einfach nicht mehr anzeigen. Das heißt, ich sehe hier in der Überschrift meine Teilergebnisse nicht mehr. Und ich kann auch meine Gesamtergebnisse ausblenden. Zum Beispiel für Zeilen und Spalten deaktivieren. Das heißt, meine komplette Gesamtergebnissspalte, die ist eben verschwunden. Und ich habe wirklich nur mehr die Daten, die ich ausgegeben haben möchte. Jetzt werden wir ein bisschen in unserer Pivot-Tabelle rechnen. Und zwar möchte ich wissen, wie viel Gewinn mache ich für jede Marke bzw. jedes Modell überhaupt in meinem Verkauf. In dem Fall brauchen wir nicht die Modelle und nicht die Kilometer. Die können wir entfernen. Sondern wir brauchen den Einkaufspreis und den Verkaufspreis. Das heißt, wir klicken den Einkaufspreis rein und den Verkaufspreis. Und jetzt da möchte man die Summe bzw. die Differenz dieser Werte haben. Und dazu werden wir ein neues Feld erstellen. Wir klicken in die Pivot-Tabelle rein, gehen bei Pivot-Tabellenanalyse hier auf Felder, Elemente und Gruppen und erstellen ein neues berechnendes Feld. Da klickt man drauf und nennen das Feld Gewinn. Und jetzt haben wir eine Formel, das heißt, wir gehen hier rein. Die 0 braucht man nicht, sondern wir wollen den Verkaufspreis minus, einfach reinschreiben, dem Einkaufspreis wieder hinzufügen. Und jetzt klicken wir auf hinzufügen oder auf OK. Und jetzt haben wir den Gewinn hier drinnen. Das ist ein neues Feld, das hat sich hier hinzugefügt. Das haben wir natürlich hier in dieser Tabelle nicht. Das ist ein reines Pivot-Tabellenfeld, das eben immer aus diesen beiden Werten errechnet wird. Und jetzt sehen wir, es hat es automatisch hinzugefügt. Wir haben hier direkt die Summe unserer Werte angezeigt. Das heißt, der Einkaufspreis, der Verkaufspreis und unser Gewinn. Im Grunde können wir jetzt diese Werte hier entfernen. Und jetzt haben wir für alle unsere Werte direkt unsere Autos. Wir können natürlich hier nochmal Skoda und Tesla reinfiltern. Das geht natürlich ganz gewohnt wie über eine normale Tabelle ebenfalls und drücken OK. Um unsere Tabellen etwas ausdrucksstärker zu machen, wollen wir jetzt noch die Überschriften anpassen. In unserem Fall haben wir Zeilenbeschriftungen und Summe von Gewinn ist jetzt nicht wirklich super als Zeilenüberschrift. Um das zu ändern, klicken wir einfach hier rein und jetzt können wir hier oben einfach den Wert ändern. Ich werde das einfach jetzt in Autos, in Kfz umbenennen. Summe Gewinn will ich ebenfalls nicht. Hier klicke ich rein und lösche das jetzt weg. Das heißt, ich zoome von lösche ich weg und möchte Enter drücken. Jetzt bekomme ich einen Fehler, nämlich die Pivot-Tabellenfeldname ist bereits vorhanden. Das ist der Grund. Ich habe hier drüben Gewinn und auf der rechten Seite habe ich das auch Gewinn genannt. Und das darf nie gleich heißen. Jetzt kann ich entweder davor ein Leerzeichen machen, danach oder ich schreibe irgendwas anderes hin. Ich kann zum Beispiel sagen Gewinn insgesamt. Ich habe natürlich noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, die ich mit dieser Tabelle hier durchführen kann. Zum Beispiel kann ich momentan meine Kfz-Modelle hier ein- und ausblenden. Das kann ich natürlich ausstellen, wenn ich das Minus und das Plus nicht haben möchte. Stelle ich mich in die Pivot-Tabelle rein, dann gehe ich auf Pivot-Tabellenentwurf und klicke bei Schaltflächen einfach drauf. Und dann werden mir die Schaltflächen nicht mehr angezeigt. Ebenfalls kann ich hier meine Tabellenkopfteile ausblenden. Das heißt, ich muss das nicht wirklich angezeigt bekommen. Auch habe ich hier meine Feldliste. Das betrifft jetzt nicht die Pivot-Tabelle hier drüben selbst, sondern diese Felder hier, wenn ich das unabsichtlich schließe, kann ich das über Pivot-Tabelle-Analyse hier drüben bei Feldliste wieder aktivieren, dass es mir angezeigt wird. Nachdem ich diese Einstellung getroffen habe, möchte ich noch sortieren. Ich möchte die größten Werte oben haben. Das kann ich ganz einfach machen, indem ich auf Rechtsklick klicke, in der Zeile bzw. Spalte, in der ich formatieren möchte. Und hier habe ich dann Sortieren. Und hier kann ich nach Größe sortieren, entweder aufsteigend oder absteigend. Und ich sage jetzt absteigend. Und jetzt habe ich automatisch meine größten Werte oben stehen. Und es wird immer kleiner, je weiter wir nach unten kommen. Um das besser darzustellen, kann ich mich ebenfalls in die Pivot-Tabelle reinstellen, auf Entwurf gehen und kann hier bei Pivot-Formate mein Format ändern. Ich kann das natürlich in einem grellen Orange machen. Ich lasse es jetzt einfach in einem dezenten Gelb, damit das etwas übersichtlicher angezeigt werden kann. Was relativ vorteilhaft ist mit einer Pivot-Tabelle, ich kann die Werte mehrmals einfügen. Ich habe jetzt in unserem Fall den Gewinn in Werten. Und jetzt möchte ich zum Beispiel ausrechnen, wie viel Prozent meines Gewinns macht der Audi A6 aus. Dazu kann ich den Gewinn erneut einfügen. Das heißt, ich nehme den Gewinn nochmal und ziehe ihn unter Werte runter. Und jetzt habe ich einmal den Gewinn insgesamt, die Summe und nochmal die Summe. Und das möchte ich jetzt nicht als Summe haben, sondern ich klicke rechts drauf und sage Werte anzeigen alles. Und jetzt habe ich diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten, was ich machen kann. Ich sage zum Beispiel vom Gesamtergebnis, vom Spaltenergebnis, Zeilergebnis, in unserem Fall Gesamtergebnis. Und jetzt habe ich die insgesamten Prozente, wie viel der Gewinn dieses einzelnen Modelles insgesamt für mich ausmacht. Obwohl ich im Grunde zweimal dasselbe eingefügt habe. Das nehmen wir natürlich Prozent und machen das ein bisschen kleiner. Das heißt, jetzt habe ich genau die Prozent meines Gewinns hier drüben angezeigt. Nachdem wir das gemacht haben und uns die Tabelle so formatiert haben, wie sie uns gefällt, möchten wir sie ein bisschen schützen. Das heißt, wir möchten nicht, dass sich, wenn wir hier was verändern, hier viel zu grob die Zeilen und Spalten verändern. Dazu gehen wir einfach hier auf Rechtsklick und gehen auf die Pivot-Tabellenoptionen. Und jetzt haben wir einige Funktionen, die du dir in Ruhe durchschauen kannst. Im ersten Fall können wir zum Beispiel unsere Tabelle umbenennen. Aber was ich hinaus will, ist, hier unten habe ich Spaltenbreite bei Aktualisierung automatisch anpassen. Das klicken wir auf Aus. Das werden wir ein neues Modell hinzufügen, dass hier nichts mehr verändert wird. Jetzt drücken wir OK und jetzt können wir hier einfügen oder rausholen, was wir möchten. Es wird sich hier spaltenmäßig nicht mehr viel verändern. Wenn uns diese Pivot-Tabelle jetzt so passt, wie wir sie haben wollen, können wir natürlich eine zweite erstellen. Das Ganze ist nicht schwieriger als einfach die erste zu kopieren mit STRG C und daneben mit STRG V wieder einzufügen. Das schaut jetzt genau gleich aus und schaut auch grundsätzlich aus, als wäre das dasselbe System. Aber das ist jetzt eine eigenständige Pivot-Tabelle. Es hängt immer darauf an, in welcher du dich gerade reinstellst, welche du bearbeiten möchtest. Zum Beispiel kann ich in dem Fall hier drüben, das lasse ich so, aber die rechte stelle ich jetzt so ein, dass ich nicht meinen Gewinn angezeigt bekomme, sondern den Kilometerstand. Das heißt, ich haue den Gewinn hier komplett raus und tue meinen Kilometerstand hier rein und schon haben wir dasselbe, nur eben unterschiedliche Werte. Ich nenne das jetzt in KM um und jetzt habe ich zweimal dasselbe. Diese zwei Tabellen sind jetzt unabhängig voneinander. Das heißt, wie du gerade gesehen hast, hier habe ich was bearbeitet und hier hat sich nichts getan. Ich kann das Ganze aber gemeinsam verändern, wenn ich das möchte, dass sich beide gleichzeitig anpassen. Das mache ich so, dass ich zum Beispiel einen Slicer anwende. Das geht, indem ich bei der Marke auf Rechtsklick klicke und statt dass ich es runterziehe auf Filter, Spalten und so weiter, klicke ich auf Als Datenschnitt hinzufügen. Und jetzt öffnet sich so ein Feld, das kennst du eventuell aus gewissen Dashboards, mit denen kannst du dann super arbeiten. Das heißt, jetzt kann ich zum Beispiel hier mein Kfz, meine Kilometer, ganz normal formatieren, indem ich zum Beispiel nur aufs Coda klicke und dann wird mir in dem Fall nur das Coda angepasst. Das kann ich aber natürlich auf diese ebenfalls übertragen. Dazu macht man nichts Schwierigeres, als wir klicken uns in die erste Tabelle hinein, weil wir haben ja grundsätzlich momentan das hier, also die zweite Pivot-Tabelle, mit dem Slicer hier verbunden. Das heißt, hier können wir das Ganze mal filtern, aber die erste nicht. Deswegen stellen wir uns in die erste rein. Deswegen klicken wir auf Pivot-Tabellenanalyse, auf Filterverbindungen. Wir haben nämlich schon einen Filter. Und in unserem Fall haben wir eine Beschriftung Marke. Das ist hier oben, das können wir auch umbenennen. Name ist Marke und das Blatt ist Tabelle 2. Das heißt, das ist wirklich das. Das markieren wir, drücken OK. Es hat sich nicht verändert, aber wenn wir jetzt aufs Coda klicken, dann haben wir beide gleichzeitig verändert und es werden uns beide gleichzeitig angezeigt. Das Einzige, was uns jetzt noch übrig bleibt, ist zu testen, ob wir das Ganze eben aktualisieren können. Dazu gehen wir wieder zurück auf unsere erste Tabelle und scrollen runter und fügen ein neues Auto hinzu. Wir starten zum Beispiel mit Honda. Wir haben jetzt einen Honda. Ich muss zugeben, ich kenne mich bei Honda nicht aus. Ich sage jetzt einfach mal Honda 5 und wir gehen wieder zurück auf die zweite Tabelle. Jetzt hat sich natürlich noch nichts geändert. Dazu klicken wir einfach irgendwo in unserer Pivot-Tabelle auf Rechtsklick und klicken auf Aktualisieren. Und jetzt sehen wir, in beiden Varianten hat sich hier unten das Honda hinzugefügt und wir können das Ganze mal hier wieder filtern, sondern dass das perfekt angezeigt wird. Das war es auch schon mit der Einführung in die Microsoft Pivot-Tabellen. Wie du zum Schluss gesehen hast, mit den Slicern und den unterschiedlichen Diagrammen kann man dann relativ leicht Dashboards erstellen. Das werde ich dir in einem anderen Video zeigen. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar unter dem Video freuen. Bitte schreib mir kurz rein, was dir am besten gefallen hat. Nachdem du jetzt weißt, wie du effizient Pivot-Tabellen in Excel erstellen kannst, würde ich dir noch das Video hier ans Herz legen. Dort zeige ich dir, wie du am besten diese Tabellen dann formatieren kannst, damit du dir noch mehr Zeit und noch mehr Effizienz ersparen kannst. Sonst freut es mich, dass ich dir helfen durfte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.